An Tagen wie diesen, da lohnt es sich, sich dick einzupacken und auch die Schneeräumfahrzeuge, die haben am heutigen Tag einiges zu tun. Die Müllabfuhr, die hat mitunter Probleme natürlich an Tagen wie diesen. Schneeketten werden heute auch angelegt und auf jeden Fall sollte man die Winterreifen schon mithaben. In vielen Bereichen, auch hier in Wien-Döbling, in der Himmelstraße Kamm und kommt es immer wieder auch zu Verkehrsbehinderungen, Autos bleiben hängen und es ist leider davon auszugehen, dass es in den nächsten Tagen ein ähnliches Bild geben wird. Ein Bild, an das man sich gerade in Ostösterreich erst gewöhnen muss, denn das hat es schon lange nicht mehr in dieser Intensität gegeben. Der Schneefall, der wird jedenfalls auch in der kommenden Woche anhalten, das heißt dick einpacken, einen Tee mitnehmen und Nerven aus Stahl haben, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dann kann nichts schief gehen. Die Aufräumfahrzeuge, die haben jedenfalls Hochsaison.